in station praxis dass die große karte oder nein das ist die kleine ich würde sagen wir bannen shen oder zagara oder ganzen viecher die was sagt ihr irgendeinen guten solo laner auf jeden fall wir können auch chen nehmen wer denn ich soll ich leorik nehmen mit der karte ist auch nicht schlecht was banden wir dann stattdessen ja leorik ist wirklich gut auf der karte soll ich ihn in früh einloggen bevor ihr nehmen weiß ich nicht ob er jetzt so wichtig ist aber habe ich auf der karte öfter gesehen ist auch gut weil wenn du tot bist waren zu direkt wieder an dem punkt ja das ist der vorteil wir wissen nämlich mal gerne spät aber auf der karte wird mir schon oft weggeschnappt und wer macht mal dann mali vielleicht schneller entscheiden dann mal von was oder wie ein bein weg lockt du mal oder lockt leorik ein war schon zu spät die schnellen entscheidungen hier ist die frage auf der map sollten wir wirklich auch viel ae damage nehmen macht beine bergen wieder kälter salat das würde ich sagen ok du machst den auto attacker ok was banden wir etc oder saiyah oder saiyah oder saiyah oder das ist momentan ein bisschen mehr meta wie etc ne mit der anderen ulti könnte ja auch ganz cool sein kälter ist gebannt was jetzt jayna wer kannst du die ja klar mal jayna leorik das ja 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 und dann ist das übrigens auch ziemlich gut ich habe grubby gesehen wie der den spielt hier auf der map weil der die tages runter switchen kann von der platte weißt du ich sollte irgendeine idee mit sauber schild nehmen vielleicht äh äh ja gut wallah strals lunara lunara wäre natürlich geil wegen letzten slow ne könnte ich machen dann nimm aber die range ne oh du platzt aber sofort ne wir haben zwei tanks ja die werden trotzdem auf dich gehen chromi wird ich wahrscheinlich ulten nimm das range talent ne welches range talent wir haben slow dabei wir haben zwei mit slow drei drei mit slow dabei ja du kommst aber ein bisschen chromi ran das kommt gar nichts ran nichts kommt an chromi ran auch nicht wenn ich auf 13 das andere nehme mit der range kommst gut an chromi also ich glaube ich wäre für slow den extra schaden bei gesloten gegen ja auf jeden fall in dem fall auf jeden fall ich finde das andere auch nicht schlecht aber in dem fall wir haben arthas und jayna und leoric die alle slowen können und malv mit dem root fällt also noch mehr slow geht nicht das ist schon pflicht das zu nehmen hier das gilt ja sogar rayna mittlerweile nur statt ins schwarze und das auch nur wenn einer dabei ist der slow hat ja phallus solo Geils, Phallus Solo Mir war so, als wenn ich auf die Map geguckt hätte und Phallus war unten gewesen Ja, genauso Hab ich mich wohl vertat 3, 2, 1 Anlage online Soll ich mal ein Naturgift deckt aufmachen, wegen den vielen Büschen hier, oder ist das nicht nötig? Was hast du denn sonst nochmal auf 1? Ist das irgendwas wichtiges? Wer wird den Radius der toxischen Blüte ein bisschen, ja nö, nicht wirklich Aufdecken ist auch nicht schlecht Ich denke auch Ok, Chromie ist hier auch, einmal rumgammeln Komm, die können wir abfahren Schön Oben sind 2 Ja komm, tut Die setzen mir ganz schön zu da oben Ah, relax, brauchst einfach nur's toten Hm Ok, einer muss aber noch nach oben Ein DD Jaina vielleicht Ja Ja Naja, ich weiß nicht, könnt auch, aber Ich glaub ich brauch ein bisschen mehr Liebe Ich hab grad versucht auf den zu drücken Lass mal die Kugel, ah ok Brauchen wir sie doch nicht Ok, scheiße, was da ist Die brauchen sie doch Böllert natürlich Wir machen das, haben wir uns auch, oder wie? Ja, 3-3 Also Ich mein, die sind 3 unten und die sind 3 unten Das wollte ich damit sagen Ist ja ein toller Dirk Du lässt mich jetzt sterben Ok, unten ist weg Ob ich seh auch Ob ich seh auch Das wartet ihr Ja, ich stell mich auch nicht mehr auf die Platte drauf, ne Das muss ein Tank machen Positor »Plaμέinar« »Pla Nestung« »Plaette« »Ach ! » »Plaatte« Oben ist weg, äh, oben ist weg Oben wieder Ich muss zurück, keine Ahnung, okay Megazord, du bist ja alleine Muss nochmal zurückporten War aber ne geile Aktion, oder? Oh Gott, das ist gut Tötet ihn Der spielt sehr aggressiv, der Artanis Den können wir, glaube ich, einige Male abfarmen Glimming oben Nicht zu lieb gehen, Megazord Ahja Wir müssen jetzt nur halten Uhha Ah, eben Drei oben Also Artanis und, äh Oh Scheiße Alles gut, noch ein paar Sekunden halten, sehr gut Oh Na komm, töten wir sie, schön, schönes Hutfeld, den Pool zerstören hier. Ich kann weiter Druck machen, ne. Ich bin auf. Ich werde dieses Land erneuern. Oben fällt. Nice. Unten haben wir alle Pool rausgesnipet. Ich trau mich nicht. Ich bin gleich tot hier. Mit einer Kombination. Was soll ich da jetzt reingehen? Ich hab Ulti. Na dann. Ja, es war jetzt noch viel Spiel. Eine Sekunde zu viel abgebrochen, wo ich ausgeworfen habe. Komm. Schön. Jetzt ist Dinge raus. Ich hol dir mein Herzchen um. Schön. Lass uns auch das Herzchen unten holen. Blutrausch. Und easy Camp. Jetzt ist Camp-Time. Ich gefühl die rotieren gerade ein nach dem anderen gegen mich im Blutland. Vorsicht da oben. Da kommen jetzt alle. Okay. Oben geht Action ab. Ob ich das nicht erwähnt habe. Ich suche den Heide des Leibes. Ich suche den Heide des Leibes. Kolin, fahr dein Auge mal an... an dem Boss. ich glaube die signale werden reaktiviert krass nach unten gehen dann deffen vielleicht das hardcam nicht wollen wir alle nach unten gehen die da mal kurz überfahren im ring ready ne surprising ja dann los ich habe komi ich habe komi ich hätte die linken auch noch gekriegt aber wenn ihr mich alle verlasst dann gehe ich ja die können wir tappen hier hast du mal auf mein live war geguckt nope ja auf meine noch einer oben ungern da alleine hingehen aber schön das hardcam hat da auch ganz gut arbeit geleistet dass da alle hingehen die sind da eh kommen ja eh alle dahin dann können wir die nochmal abfahren ohja komi ist hier wieder na ok erschossen hier wir müssen weg wir müssen weg unter zwei ja aber nicht ja jetzt nicht sterben nicht sterben packst du einfach ok oben einnehmen ah doch nur ein mensch im wolfspelz fall los vor ich geh mal nach unten weil die ist ja eh alleine ja so gut wie warum gehst du denn nach unten ich dachte hätte jetzt jemand auf den weg gemacht war aber nicht dann komme ich wieder hoch komm die töten wir jetzt hier komm den töten wir auch noch geist halten fest dann hab ich dann ist ja kein problem kommt der da raus ich kann nämlich disablen ich kann mich dann beenden lol wo ist der denn grad gestorben an mir und den sockbrush den er aber mal hatte ganz erwartet hat er gar nicht für mich ja wenn du zu mir kommst dann gucke gucke wir den Achtung! Guck mal, ey. Ich weiß nur, wie MVP... Ja, wollte schon. MVP Ich hab grad noch die Werte gesehen. Das war schwer zu erraten, in dem Fall. Das ging echt gut. Mit dem 13er Talent bei dem Slow ist das echt OP. Ja... Ich hab dich total. Ich hatte über die drei.